So, schön, dass ihr da seid. Heute werden wir am 1er BMW F20 den Bremsflüssigkeits-Service zurückstellen. Deswegen gehen wir jetzt direkt ins Auto und machen das sofort einmal. Im Anschluss werde ich einmal sowieso auf Winterreifen wechseln und in dem Zug werden wir dann direkt natürlich die Bremsflüssigkeit auch einmal mittauschen. Deswegen, wenn ihr wissen wollt, wie das geht, schaut bis zum Schluss zu und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So, als allererstes gehen wir hier ganz normal ins Menü, gehen einmal kurz auf Fahrzeuginfo und schauen uns einmal den Fahrzeugstatus an und dann im Endeffekt einmal den Servicebedarf. Und hier sehen wir, dass die Bremsflüssigkeit fällig ist, im Prinzip seit Oktober jetzt, jetzt haben wir halt Anfang November. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt einmal. Und zwar dafür müssen wir einmal die Zündung anmachen. Wir halten auf diese Taste einmal lange. So, Reset ist durchführbar, steht hier. Deswegen in dem Fall direkt wieder einmal lang drücken. Dann fragt er uns, ob wir das wirklich machen sollen und dann wieder einmal lange drücken. Und dann zieht er den Reset jetzt einmal durch. Und der Reset war erfolgreich in dem Fall. Ganz easy Sache bei diesen Fahrzeugen. Und was wir jetzt haben hier, natürlich Fahrzeugservice. Das haben wir ja noch. Öl ist jetzt bald wieder fällig im Oktober nächsten Jahres und die Bremsflüssigkeit im Endeffekt wieder zwei Jahre. So, das war es eigentlich schon. Jetzt haben wir hier natürlich im Display auch direkt die Meldung, dass das hier gemacht worden ist. Und im Endeffekt jetzt einmal Auto anheben, Räder runter und direkt einmal die Bremsflüssigkeit auch tauschen. K Skeps Um die Bremsflüssigkeit zu tauschen, müssen wir hier oben die Klappe einmal rausnehmen. Mit dem Zug natürlich hier so Laub und sowas, damit hier alles drin liegt. Einmal natürlich auch alles rausnehmen. So, hier habe ich so ein Bremsflüssigkeitsgerät und im Endeffekt ist das lediglich durch Druck, den man drauf gibt, gibt man Druck aufs System. Dafür einmal den Deckel hier runternehmen und den Adapter hier aufschrauben. Die Adapter sind soweit genormt, also 90% aller Fahrzeuge könnt ihr mit diesem Adapter auch befüllen bzw. entlüften. Und im Endeffekt haben wir jetzt hier eine Druckskala, im blauen Bereich, auch im roten Bereich und im Prinzip auch unten hier in 1 bis 6 Bar. Wir gehen jetzt so auf 1,5 bis 2 Bar. Das reicht vollkommen, um zu entlüften. Und dann sehen wir sofort, dass durch den Schlauch Flüssigkeit reingekommen wird und dann steigt auch schon der Druck. Jetzt sind wir auf etwas über 1 Bar. Das reicht hierfür auf jeden Fall. Und zwischendurch müsst ihr auf jeden Fall nochmal nachpumpen bzw. Flüssigkeit nachfüllen. Ich habe da jetzt einen guten Liter drin. Das müsste eigentlich ausreichen. Nehmen wir das Auto halb hoch an. Dann haben wir das Auto auf halber Höhe und können dann schon mal die Räder runternehmen. Wir haben hier jetzt nochmal 17er Radbolzen beim 1er BMW. In der Bühne ist es natürlich einfacher. Wir nehmen einfach alle Räder runter und fangen dann an. Im Normalfall, wenn ihr das nur mit dem Wagenheber eventuell macht, dann müsst ihr halt wie folgt vorgehen. Ihr fangt auf dem längsten Weg zum Bremsflüssigkeitsbehälter an. Das heißt, der längste Weg wäre dann hinten rechts. Das ist auch normaler Ablauf. Hinten rechts fangen wir an. Dann entlüften wir 10-20 Sekunden. Das reicht im Normalfall, je nachdem wie schnell es rausläuft. Macht man vielleicht mal eine halbe Minute pro Rad. Dann auf die linke Seite, also hinten links. Dann gehen wir nach vorne rechts, vorne links und dann sind wir durch, was das angeht. In dem Fall kontrollieren wir natürlich einmal Bremse, wenn wir schon mal hier sind. Und einmal den Rest so. Das Auto hat erst 25 kmh gelaufen. Deswegen ist hier auf jeden Fall alles in Ordnung. Bremse ist tipptopp, Bremsbeläge sind super. Und sonst auch keine Auffälligkeiten, keine Undichtigkeiten am Stoßdämpfer oder sonstiges. Geht man jetzt einfach mal von aus. Aber sonst, wie gesagt, einmal kurz drunter gucken, wenn ihr die Möglichkeit habt. So, hier haben wir die Entlüfterschraube. Da können wir die Kappe einmal so abnehmen. Und dann müssen wir gucken, manchmal ist es ein 10er, manchmal ist es ein 11er. Ich vermute mal, dass es ein 11er ist. Gucken wir mal. Tatsache ist ein 11er. In dem Fall, wie gesagt, einmal den 11er Schlüssel hier so drauf. Dann nehmen wir uns unsere Entlüfterflasche. Die Entlüfterflasche hat meistens irgendwie so eine Kette dran, dass man die irgendwo aufhängen kann. In dem Fall, ja, kann man das einfach mal hier oben einfach reinhängen. Und dann im Endeffekt den Entlüfternippel hier einfach so draufstecken. Je nachdem, wie es passt. Hier sieht es schon fast ein bisschen eng aus. Machen wir es so. Und dann einfach nur Entlüfterschraube öffnen. So. Und im Endeffekt einfach nur warten, dass es halt läuft. So, jetzt läuft es schon. Das sieht man hier, das hat sich jetzt gelb gefärbt. Und jetzt erstmal ein bisschen laufen lassen. So, und dann einfach nur noch zu machen. Immer darauf achten, ob keine Luftbläschen mehr in der Leitung sind. Wenn das der Fall ist, dann ist alles in Ordnung. Wie gesagt, 130, vielleicht auch 40 Sekunden, könnt ihr den Vorgang dann beenden. Einfach nur hier runterziehen. Und entsprechend die Leitung wieder verschließen. So, und dann können wir direkt auf die nächste Seite gehen. So, beim letzten Rad angekommen. Übrigens, was ich noch empfehlen kann, was ich auch immer gerne mache, ist, hier mit so einer Nylongürste. Die ist jetzt für einen Schlagschrauber. Aber die gibt es auch für normale Bohrmaschinen und sowas. Oder halt als Radnabenschleifer. Dann ist das so ein großer Topf. Einmal die Auflagefläche von dem Rad im Prinzip bearbeiten. Einmal kurz nur sauber machen. Und das reicht schon, damit euch das Rad halt nicht über den Winter festbackt. So, am letzten Rad angekommen. Hier einmal wieder natürlich lösen. Einmal die Flasche hier oben reinhängen. Zack, den Stöpsel hier wieder drauf. Und einmal lösen. Und wieder so gute 30 Sekunden laufen lassen. Und dann sind wir mit dem Bremsflüssigkeitswechsel soweit durch. Dann kontrollieren wir gleich noch einmal oben den Flüssigkeitsstand. Ob wir da eventuell noch was nachfüllen müssten. So, dann einmal natürlich hier, wenn was daneben gegangen ist. Mit dem Bremsenreiniger einmal sauber spritzen. Und dann das Winterrad drauf. Da auch immer schauen. Also ich tausche die jede Saison um. Also im Prinzip immer von vorne nach hinten. So mache ich das immer seit Jahren. Dann habt ihr den Vorteil, dass sich die Reifen gleichmäßig auch abnutzen. Sodass ihr nicht immer nur eine Achse mehr belastet als die andere. Und auf einer Achse immer häufiger die Räder wechseln müsst. Und dann sind unter Umständen auf der anderen Achse sehr alte Reifen irgendwann drauf. Deswegen immer gleichmäßig abfahren lassen. Und am besten, wie gesagt, pro Saison einmal von vorne nach hinten tauschen. Im gleichen Zug natürlich einmal die Lauffläche kontrollieren. Gucken, ob da irgendwelche Fremdkörper drin sind. Ob da irgendwo ein Nagel drin ist. Oder eine Schraube. Oder irgendwie sowas. Und das natürlich irgendwie rausholen. Beziehungsweise wenn da ein Nagel tief drin ist, natürlich den Reifen entsprechend flicken. Dazu habe ich auch ein Video mal gedreht. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und ansonsten, wenn das halt zu krass ist. Also zu weit außen. Hier an der Flanke schon. Dann müsst ihr den Reifen auf jeden Fall ersetzen. Dann gleich einmal runter lassen. Und mit dem Drehmomentschlüssel komplett nachziehen. BMW in dem Fall. Das sind 130 Nm. Zum Abschluss, wie gesagt, einmal hier den Flüssigkeitsstand kontrollieren. Gegebenenfalls natürlich nachfüllen. So ein bisschen. Und dann die Abdeckung hier wieder drauf. So. Motorhaube zu. Und wir sind fertig mit dem Service. So, ja. Ich würde sagen, wir sind fertig. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Links zu den Sachen, die ich benutzt habe, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal rein. Und abonniert den Kanal. Lasst einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ich bin mal rein.